Yo Leute, was geht? Willkommen zurück, ja, hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, es war ja in einigen vorherigen Folgen angesprochen worden, sag ich mal, ja, und auch von einigen gewünscht. Und zwar, Leute, das Rising World Let's Show, also hier nicht zu verwechseln mit dem Let's Play, das Let's Show. So, also, Let's Show ist so gesagt, ich baue eine Welt, im Kreativ- oder Survival-Modus ist eigentlich scheißegal. Hier bin ich im Moment im Kreativ-Modus von Rising World, auch sehr interessanter Modus, also da könnt ihr ruhig mal abchecken, die, die das Spiel haben. Kreativ-Modus, wirklich geiler Modus, muss ich sagen. So, und ihr seht ja gerade eine Welt, aber ich strebe mich hier so nett um, weil wenn ich mich umdrehe, seht ihr mein Bauwerk. Aber erst mal gesagt, Leute, bevor jetzt Kommentare kommen, das Rising World Let's Show kommt nicht jeden Tag, nicht jede Woche. Ja, weil ich muss ja diese Welt auch bauen, also die ist jetzt nicht gleich fertig, das sind einige in einzelnen Folgen hier zeigen kann. Also, ich muss das wirklich, also, das im Moment ist der Stand, wie sie auch jetzt ist, am 10.3.2017, ja. Da startet das Let's Show und hört irgendwann, keine Ahnung wann auf. In einem Jahr werde ich mit der Welt fertig sein, wenn nicht noch länger, zwei Jahre, keine Ahnung, Leute. Also, weil ich stecke in diese Welt auch, schon mal gesagt, sehr viel Herzblut, sehr viel Liebe, sehr viel Details auch. Und, ja, ich werde natürlich mit sehr viel Geschick, Geduld und mit sehr viel Liebe diese Welt errichten, sage ich mal. Ja, hört sich zwar ein bisschen seltsamer an, aber es ist halt so, weil, ja, weil es soll ja eine schöne Welt werden zum Schluss. Und ich würde sagen, Leute, ich drehe mich rum und das hier ist der erste Teil der Let's Show Welt. Ja, sieht schon mal ein bisschen spektakulär aus. Hier ein, ja, eine Riesenvilla am Berg. Hier irgendeine Hütte neben der Villa, wo hier unten noch der halbe Boden fehlt. Und da oben, ja, ein kleines Kreuz auf dem Berg. Also, so gesagt, ein Aussichtspunkt, der noch gar nicht fertig ist. Der wird noch alles gebaut. Vielleicht führt ihr später noch eine Seilbahn runter, ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich würde sagen, wir begeben uns mal von diesem kleinen Punkt, wo vielleicht später, ja, etwas Neues errichten wird. Weil ich möchte hier so ein kleines Dorf hinbauen. Hier kommt vielleicht eine Kirsche hin oder so. Also, bei Rising World habe ich wirklich sehr viel vor. Und ja, so, jetzt haben wir hier die Mega-Bergvilla. Ich nenne die auch Bergvilla. Und, ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. So, hier haben wir nämlich eine kleine Werkstatt, wo ich meine ganzen Sachen herstelle. Zuerst war ich hier in diesem Hobbyraum. Also, ich zoome mal kurz ran, hier in diesem Hobbyraum. Aber, da wurde es mir so langsam zu langweilig. Ich meine, in einem eigenen Haus so eine laute Werkstatt mit dieser Kreissäge hier auch zu haben, das ist nämlich ein bisschen scheiße. Deswegen werde ich einen Hobbyraum umbauen und hier unten alles reinversetzen. Und, ja, hier erstmal die Advanced-Werkbank. Und ich würde sagen, ich hole mal kurz hier meine normale Hand ins Spiel. So, damit man hier... Äh, was ist denn jetzt? Warum baue ich gerade etwas? Nein, ich möchte nichts bauen. Spiel, ich möchte nichts bauen. Genau, ich möchte nichts bauen. So, hatte ich gerade einen kleinen Fail hier mit der Steuerung, aber egal. So, hier haben wir eine, ja, erweiterte Werkbank. Hier haben wir eine normale Werkbank, eine Sägebank, eine Blockbank und ein Ambus. So, hier ein kleiner Standardtisch. Hier ein, ja, ein Schreibtisch. Hier ein Kalender von 2017. Also, mit diesen Stickern hier kann man wirklich sehr viel machen. Da kann man, ähm, halt eben Bilder holen. Und werden wir auch ein Let's Play machen. Wenn Call of Duty vorbei ist, kommt ja wieder Rising World. Und da werden wir das natürlich auch machen. Hier oben Fenster, ja, die ich so ein bisschen in die Wand reingebaut habe, damit das ein bisschen cool aussieht. Also, hier wirklich dünn, dick. Ja, der Rahmen ist jetzt nicht gerade so gelungen. Aber es ist ja nur eine Werkstatt. Also, hier ist wirklich alles dreckig. Hier habe ich auch ein bisschen so einen grauer Boden gemacht, damit man meint, hier würde irgendwie Staub auf dem Boden liegen. Eine Tür fehlt noch, weil ich wurde nicht ganz fertig. Hier dieses Gebalk, das Dachgebälke, keine Ahnung, wo halt eben das Dach festhält da oben. Ob da noch so ein Dachstuhl reinkommt, weiß ich noch nicht. Wo halt eben, keine Ahnung, Kisten draufliegen oder Schrauben und so für die Werkstatt und so. Ja, so, hier noch ein kleines Bild von meiner Katze. Ganz, äh, just for fun. Ich meine, jeder liebt sein Haustier. Man kommt hier rein, arbeitet von früh bis spät und sieht immer sein Haustier und denkt immer so, ah, bald ist Feierabend. So, nee, Spaß beiseite. So, gut, ähm, das war es dann eigentlich von der Werkstatt. Die Werkstatt, ähm, ja, hier oben gucken die Balken raus. Wenn ich dir das wegmache, ist hier alles weg von diesem Dings. Also, keine gute Idee. Gucken Sie auch ein bisschen raus. Also, Leute, das kann ich wirklich nicht verhindern. Aber, naja, man kann auch sagen, keine Ahnung, hier kann man Geigenmenschen spielen, so. Ja. Hier hinten halt eben, oh. Das kommt weg. Das möchte ich nicht. Also, hier muss alles nochmal aufgefüllt werden. Hier kommt dann vielleicht ein kleiner Parkplatz hin. Vielleicht kommt hier ein Mehrfamilienhaus hin. Ich weiß noch nicht. Vielleicht kommt auch hier ein Mittelalterdorf hin. Also, Leute, ist wirklich noch sehr viel offen. Und die nächste Let's Show-Folge kann erst in ein, zwei Monaten kommen. Kommt halt eben drauf an, wie ich mit dem Bau vorwärtskomme. Weil, ihr wisst ja, ich muss arbeiten und so. Und dann hat man nicht viel Zeit. Und hier fehlt eine Treppe. Okay. Und ich würde sagen, wir betreten die Villa, Leute. Mit F. Gut. Jetzt sind wir hier schon mal drinnen. Und hier ist der Hobbyraum. Also, hier ist wirklich das gleiche wie... Oh, ein Graffiti-Bild. Und hier ist natürlich das gleiche wie unten. Nur halt eben alles ein bisschen eng zusammengestellt. Wie gesagt, Leute, es wird alles umgebaut. Hier so ein kleines Item-Schränkchen. Ja, kann man halt eben jetzt irgendwas reinlegen. Ich lege jetzt mal... Boah, das da rein. Boah, keine Ahnung. Das da rein. Und zu guter Letzt lege ich noch das da rein. Genau. So. Also, hier nicht viel. Normale Glasfenster. Hier ein schöner... Ja, Rotholzrahmen. Oder schön lackiert. Und... Und Graffiti-Bild. Also, wirklich so ein Sticker. Joa. Das ist gerade die beste Auflösung. Aber es ist... Es geht vollkommen klar. So, ich würde sagen, Leute, es geht weiter, wenn man hier mal den Hobbyraum zu... Und wir schließen auch mal die Haustür ab, weil sonst kommen irgendwelche streunenden Tiere hier rein. Und das wollen wir ja nicht. Und ja, hier ein schönes Panoramabild von New York City. Und ich hoffe auch, dass die Bilder nicht urheberrechtlich geschützt sind. Und es sind ja einige im Internet. Also, es sind alle aus dem Internet. Und... Ja, ich meine, ich verdiene mit meinen Videos eh kein Geld. Deswegen dürfte es eigentlich gar kein Thema sein. Außer, das Video wird gesperrt. Aber ich glaube mal nicht. Weil... Da steht... Da ist kein Wasserzeichen drin. Gar nichts. Also, das Bild ist, glaube ich, gar nicht kopiergeschützt. Die meisten. Also, ist ja auch egal. Sieht man ja, wenn es Video online ist. So. Gut. Hier. Traditionell eine Toilette, was jedes Haus braucht. Und hier so ein kleiner Kack-Emoji. Ja. Ja, das ist hier einfach just for fun platziert worden. Ja, hier eine Heizung. Ja, es gäbe Heizungen in den Rising World. Also, man kann hier wirklich sehr viel bauen. Hier ein Klo. Man kann auch draufgehen. Ja. Hm. Okay. Nicht gerade das schönste Klo für so ein großes Haus. Aber ist halt eben Standard-Klo. So. Hier ein kleiner Spiegel. Den ich natürlich auch als PNG-Datei runtergeladen habe. Hier kann man natürlich nicht drin spiegeln. Ist halt eben nur so ein Datei-Ding. Ja. Auch mit sehr seltsamen Lichtverhältnissen. Aber egal. Hier ein kleines Waschbecken, das man nicht bedienen kann. Schade, dass hier kein Wasser rausgespritzt kommt. Ja. Klingt doch ein bisschen komisch. Aber egal. So. Gut. Das Wasser mit dem Klo. Das Klo, wie gesagt, Leute, nur um sein Geschäft zu verrichten. Also, wirklich nicht mehr. Ja. Und hier ein kleines Bild einer Landschaft. Oh, wie toll. Ja. Geil. Hier ein paar Pflänzchen. Ach, wie toll. Hier so ein modernes Geländer. Wo natürlich, ja. Das Geländer setzen ist so ein bisschen das Ding in Rising. Weil es ist nicht so mein Ding. Ihr seht hier. Es ist ein bisschen futsch am Bau. Naja. Der Sashi noch in der Ausbildung hier. Ja. Aber es sieht schon mal alles ganz toll aus. Und kommen wir hier in den Wohnbereich, Leute. Ja. Es wird schon ein bisschen interessanter. Nämlich. Hier. Haben wir einen Ofen mit einem Lagerfeuer. Ja. Ich habe keinen anderen Weg gefunden, irgendwie ein Feuer anzumachen, ohne dass mir alles abfackelt gleich. Ähm. Ja. Hier halt eben so ein kleines Lagerfeuerchen. Wir singen das Lagerfeuerlied. Bla bla bla. Hier ist so ein kleiner Tisch. Es geben leider keine stylischen, teuren Stühle. Es geben leider nur diese Standardstühle. Und diesen Standardtisch. Naja. Ich hätte mir gerne so einen Mega-Fliesentisch gewünscht. So aus, keine Ahnung, aus Drachenzähnen oder so. Ja. Oder Dinosaurierknochen. So ein Tisch. Das wäre wirklich geil gewesen. Weil der hier wohnt, der hat es schon gut erreicht. Und ja. Hier nochmal eine Couch, wo man viel zu hoch sitzt. Man sitzt hier in der Decke und jetzt hat man schon gesehen, was oben drüber ist. Ja. Ein Pool. Ähm. Und ja. Hier haben wir jetzt einen kleinen Standardtisch. Hier ein, alter, ein Mega, ich glaube 80 Zoll Fernseher oder so. Keine Ahnung. Hier ein Soundsystem. Ja. Mega fettes Soundsystem hier. Natürlich die Lautsprecher hier. Die Subufer. Ich meine, Subufer, volle Kanne Bass hier in dem Film. Lautsprecher können da ruhig ein bisschen kleiner sein. Ich meine, man will ja hier einen Mega-Bass. Das Feeling haben. Und ja. Deswegen hat man hier so einen riesen Fernseher, ein riesen Soundsystem und eine Standard-Couch. Passt auch nicht, aber naja. Gut. Hier, Leute. Das ist ein spezieller Raum. Den habe ich so etwas von meinem, äh, äh, Zimmer hier kopiert. Und, äh, möchte ich euch natürlich gleich zeigen. Man kann vielleicht einiges erkennen. Man kann, naja, ein Bildschirm erkennen, einen Fernseher, Stühle, einen Schreibtischstuhl so ungefähr. Ja. Hier sollte man eine Tür rein, aber das ist nichts geworden. Deswegen habe ich hier so ein Dings reingemacht, damit keiner reingucken kann in das Zimmer. Ja, ja, Privatsphäre. Ihr wisst Bescheid. So. Ja, hier ein Balkon und es ist, oh, ist wieder eine Suppe hier draußen. Ähm, also hier ein Balkon, Leute. Dann halt eben, ja, mit meinen Failingern hier unten die Werkstatt. Ähm, hier geht es noch weiter hoch. Also wirklich sehr riesengroß. Und, ja, ich würde sagen, Leute, es geht jetzt in diesen geheimen Raum, den wir von hinten gesehen haben. Und das ist einfach dieser Raum. Ja, ähm, ich konnte jetzt nicht alles direkt kopieren. Also das hier ist ungefähr so wie bei mir, dieser Schreibtisch. Ich habe einen längeren Schreibtisch und ich habe auch, ähm, ja, Monitore, die auf dem Tisch, also auf dem Tisch stehen, Leute. Und, ja, hier ist der Sashi-LP offen. Minecraft 159, wir sind bei 161, glaube ich. Also wirklich schon ein bisschen länger her. Hier hatte der noch, äh, wie viel hatte der hier? 6, nee, 800, 868. Ja, mittlerweile sind es, äh, 874. Also auch nochmal danke dafür. Ja, liebe neue Abonnenten, herzlich willkommen auf meinem Kanal hier. Ich hoffe, ihr seht das Video. Und, ja, viel Spaß. Ähm, ja, natürlich jeder ist herzlich willkommen hier. Alles kostenlos. Und hier haben wir jetzt so einen kleinen Tisch, hier kann man schon schön hinsetzen. Und dann kann man hier gucken, kann man hier den Sashi-LP gucken. Oder, keine Ahnung, YouTube, man kann zocken. Hier zwei Bildschirme. Ja, ich wollte eigentlich parallel machen, aber das geht nicht. Und hier guckt, oh, hier guckt etwas Stein raus. Na, dann müssen wir mal kurz konkurrieren. Genau. So. Machen wir das weg. So, jetzt haben wir hier oben noch so ein Megasound-System, habe ich auch. Also das hier soll der Subufer darstellen und die zwei Lautsprecher, weil ich habe den Subufer unterm Tisch stehen. Aber das funktioniert hier nicht, weil da diese seltsame Tischplatte unten drin ist. Also, ja. Nicht möglich. So, hier haben wir, ja, ich wollte eigentlich hier eine Couch reinstellen, aber die ist viel zu groß. Hier haben wir so, ja, Standard sitzt so unten. Ein Fernseher. Ich glaube, das ist Tomb Raider oder was hier läuft. Keine Ahnung. Oder, ne, die Tribute von Panem. Okay. No Brother Placement. Hat fast aussehen wie Tomb Raider. Naja. Gut. Aber ich glaube, es gibt gar keinen Tomb Raider-Film. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich gucke nicht viel Fernsehen. Also, bitte seid mir jetzt nicht böse. So, naja. Hier haben wir eine standardmäßige Fackel. Ja. Hier halt eben. Alter, das hier war Arbeit, das alles zu machen mit diesen Rundungen, mit diesen Kanten hier. Also, das war wirklich sehr viel Arbeit, das alles zu bauen. Und hier geht es jetzt hinein in ein Schlafgemach und nichts Besonderes. Zwei Betten. Naja, ich meine, no homo. Ähm, ja. Ich meine, ich wohne hier mit meiner Frau. Malaka, ihr versteht. So. Äh, und ja. Hier haben wir jetzt zwei Chill-Stühle. Ähm. Und nein, bevor Fragen kommen, ich habe keine Freundin. So. Ähm, hier sind zwei Chill-Stühle. Hier ist ein Becken und hier ist Wasser drin. Hier kann man schwimmen. Und hier halt eben Fenster. Damit man hier auch mal nackt schwimmen kann. Ich meine, ist ja meine Bude. Hier darf ich machen, was ich will. Und dann habe ich halt eben hier so ein Milchglas reingemacht. Damit man hier auch mal schön gechillt. Ja. Natürlich ohne Kleider drin sitzen kann, sage ich mal. Und hier halt eben nochmal so ein Riesenbild. Ich glaube, es ist, es sind die Rocky Mountains oder so. Keine Ahnung. Aber wirklich ein sehr geiles Bild. So. Äh, hier. Ja, halt eben das Schlafzimmer. Die Ingame-Frau ist es hier. Ja. Die Ingame-Freundin. Äh, ja. Dann geht halt eben hier noch hoch. In eine standardgemäße Einbauküche. Also wirklich ein bisschen Standard. Mit einem Dings. Also hier mit einer Pflanze. Hier mit einem Dachfenster. Wo eigentlich ganz leicht Einbrecher reinkommen. Die müssen einfach nur hier reintreten. Und dann sind sie drinnen. Aber egal. Hier auch. Ich nenne es das Fail-Fenster, Leute. Weil man einfach Ausblick auf eine Wand hat. Mit ein bisschen Gras. Das ein bisschen twerkt hier. Ja. Das Gras twerkt ein bisschen für uns. Naja. Egal. So. Äh. Hier haben wir, ja, halt eben Fliesen. Diese Oronogani-Fliesen. Keine Ahnung, wie die heißen. Äh. Hier wollte ich auch welche hinmachen. Aber wenn man die da hinmacht, dann hat man es eben außen gesehen. Das sieht da nichts mehr aus. Hier ein mega Panorama-Fenster. Hier eine Chiller-Ecke. Hier wollte ich eigentlich auch noch eine Sound-Anlage reinbauen. Ja. Hier auch nochmal so ein Panorama-Fenster. Da kann man auch ein bisschen snacken. Und, ja. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war es dann auch schon von der ersten Folge Let's Show Rising World. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Und nehmt auch die ganzen Witze bitte nicht so ernst. Und nehmt das ganze Video nicht so ernst, ja. Weil eigentlich, ich bekomme schon noch Kommentare, ob ich es wirklich ernst meine, manchmal die Witze, die ich sage. Zum Beispiel als jetzt mit dieser, äh, keine Ahnung, mit der Ingame-Frau oder so. Also wirklich, nehmt das Video nicht so ernst. Nehmt die ganzen Videos nicht so ernst. Die ganzen Sprüche, die ich da immer weghaue. Wirklich alles nur Spaß. Also wirklich nicht alles real. Einige Geschichten sind schon real, wo ich erzähle. Aber, wie gesagt, diese Witze und so. Das ist einfach alles. Äh, bitte einfach nicht drauf eingehen. So. Und ja, ich habe ja noch gesagt, dass da oben noch so eine kleine Aussichtsstelle ist. Und ich würde sagen, da oben beenden wir auch das Video. Ja, wo natürlich noch sehr viel gebaut wird. Hier oben kommt vielleicht schon ein Kaffee oder so hin. Keine Ahnung. Und ja. So, jetzt mit dieser Suppe im Hintergrund würde ich sagen, beende ich diese erste Folge von Let's Show Rising World. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lassen wir mal einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ich konnte Rising World Fans, die es vermisst haben, jetzt wieder ein bisschen beeindrucken. Und ja, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal den Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, gebt einen Kommentar, wie ihr es so findet, dass die Megabude und die kleine Werkstatt daneben. Und das nächste Video kommt auch so schnell wie möglich, so schnell ich halt eben bauen kann. Wie gesagt, kann ein, zwei Monate dauern. Aber Leute, Rising World kommt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen wieder. Und dann hasse ich es auch wieder. So, aber damit erstmal noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende, Leute. Und dann würde ich sagen, haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer SaschiLP. Haut rein, Leute. Ciao.